tschüssi bis gleich noch mal ein paar Bären essen und Licht so ich will bitteschön Sachen bitteschön Sachen finden auch noch eine Truhe das dritte Mal ohne irgendeine Feindeinwirkung gestorben immer an irgend so unerklärlichen Sachen hoffentlich ist mein Beutelchen nicht durch die Insel gefallen da war das gute 7er Metall drin ich bin an dem Regal da gestorben der ist gegen das Regal ges-